Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, an Ihren Daten-Empfangsgeräten. Der großartige Jan ist dabei und wir beide werden heute das Finale in unserem großen Zugzwang-Schachturnier kommentieren. Etienne gegen Matteo. Ein langer Weg war es hierher. Das ist das siebte Spiel in diesem Turnier. Matteo gegen Etienne. Was sagst du, Jan? Können wir vielleicht schon einen kleinen Favoriten ausmachen? Ich meine, einer, der Matteo, der war es ja eigentlich die ganze Zeit. Hat sich da jetzt plötzlich was dran geändert? Werden wir sehen. Aber bisher hat Matteo diese Favoritenrolle sich verdient. Es war ein sehr, sehr knappes Match im Halbfinale. Maxim gegen Matteo, wo beide super gespielt haben, muss ich sagen. Aber wenn wir einem diese Bürde aufbürden wollen, dann ist es, Matteo. Aber du kennst Etienne besser als ich. Er ist bestimmt für eine Überraschung gut motiviert. Das auf jeden Fall. Aber auch für Überraschungen in beide Richtungen, gut als auch böse. Ich würde gerne noch mal einen Blick werfen auf den Weg zum Finale, auf den großen Turnierbaum. Denn wir hatten ja eine ganze Menge Teilnehmer dabei. Wenn ich richtig zähle, waren es acht Stück. Und Matteo hat sich gegen Florentin durchgesetzt, danach gegen Maxim und Etienne hat tatsächlich Antje Wessels und Varyon rausgeschmissen. War da irgendwas Unvorhergesehenes für dich dabei? Naja, im Grunde haben wir gesagt, Matteo ist der Favorit. Er hat es bis zum Ende geschafft. Was sagst du zu Etienne? Findest du ihn berechtigt im großen Finale? Ja, ich denke schon. Ich denke, seine Matches waren beide sehr knapp. Gingen beide ins Armageddon. Ging ein bisschen hin und her am Anfang, die berühmten Flüchtigkeitsfehler. Aber er hat sich da verdient durchgesetzt. Hat auch so ein bisschen seine Gaming-Skills gezeigt. Also verstanden hat am Ende. Es geht nach der Zeit, hat er einen Gast gegeben. Und hatte fast ein bisschen Ahnung, dass er besser spielt, wenn er unter Zeitdruck steht. Wenn er mehr seiner Intuition vertrauen kann. Ah, okay. Wenn er lange nachdenkt. Wir werden sehen, wie das heute ist. Ja, lass ihn gleich dazu mal fragen. Aber vorher noch einmal ganz kurz das Reglement erklären. Damit auch jeder genau weiß, wie das hier funktioniert. Denn ganz so einfach ist das nicht, oder, Jan? Na ja, so schwer auch nicht. Sie spielen zwei Partien gegeneinander. Jeder hat zehn Minuten plus zehn Sekunden Zeitgutschrift pro Zug. Wenn es danach eins zu eins stehen sollte, gehen wir in den von allen geliebten Tie-Break aka Armageddon, wo die Spieler fünf Minuten haben ohne Zeitgutschrift. Sollte einer in diesen zwei ersten Partien anderthalb oder zwei Punkte erzielen, dann ist er der Sieger und der Sieger der Herzen. Ja, schauen wir mal, wozu es heute kommt. Und lange dauert es nicht mehr. Schauen wir an, wer gegeneinander antritt. Wir sagten schon, Matteo gegen Etienne. Die beiden sind hoffentlich schon bereit. Mal sehen, welche Arena sie sich von zu Hause aus zurecht geschustert haben. Vielleicht können wir einen kleinen Blick. Da sehen wir Matteo in seinem klinisch-weißen Nachdenkraum, um bloß nicht abgelenkt zu werden. Der Mann, der Matt schon im Namen hat, gefolgt von einem siegessicheren EO. Na, wie geht's dir, Matteo? Bist du gut drauf? Kannst du deiner Favoritenrolle heute gerecht werden? Ja, ich bin auf jeden Fall wach. Sehr angespannt, muss ich sagen. Aber ich denke, ich freu mich auch ein bisschen drauf. Er freut sich drauf. Und dann schauen wir doch mal direkt rüber zu Etienne, ob wir da jetzt Angst im Gesicht sehen oder ... Oh, das sieht mir nach Überzeugung aus. Ja? Was ist das, Etienne? Was sind deine Emotionen gerade? Ja, ich bin super angespannt, super aufgeregt. Und ich hab Schwierigkeiten zu atmen. Zu atmen? Ich will ... Ja, einfach so. Ich merk einfach, dass jetzt ... Der Sauerstoff in deinem ... Ja, ja, Adrenalin durch den Körper geht. Ja, okay. Du musst ein bisschen auf dein Zeitspiel, glaub ich, aufpassen. Matteo, haben wir ja gesehen, es ist wirklich recht gut. Du hast es mitgekriegt als Favorit hier reingegangen. Deine Achillesferse war so ein bisschen die Zeit, zumindest wenn ich das beurteilen kann. Du hast ein bisschen wie die Deutsche Bahn gespielt, immer jeder Zug so ein bisschen verspätet. Meinst du, der Matteo, der tatsächlich auch Zeitmanagement drauf hat, meinst du, du kriegst deine Zeit heute an die Kontrolle? Es hängt auch einfach ein bisschen davon ab, ob ich's schaffe, ihn mal vor Probleme zu setzen. Also, wenn er mit irgendwas nicht rechnet und dann auch mal länger nachdenken muss, dann hilft mir das. Aber keine Ahnung. Also, ich hab ihn ja auch kommentiert, deshalb weiß ich um seine Stärken. Aber ... Naja, ich muss halt mein bestes Schach geben. Gut, dann will ich dich nicht weiter ablenken oder aus deiner Zone rausholen, in der du dich hoffentlich begeben hast. Gleiches gilt natürlich für Matteo. Sind wir bereit für die Eröffnung des großen Finales von Zugzwang, Jan? Ich glaub, wir sind soweit. Wenn die Spieler wieder atmen können ... Vielleicht müssen wir noch eine Runde her. Du bist ein Stein. Du ruchst in dir oder so, soll ich sagen. Aber dann kann's losgehen. Okay, würd ich auch sagen. Dann geben wir das Spiel frei. Etienga D mit den weißen Steinen eröffnet. Und ... Good luck, Herr Fang, ja. Good luck, Herr Fang. Mit Bauer nach E4. Und Matteo setzt wieder auf Bauer nach D5, die sogenannte skandinavische Verteidigung, die ich schon kritisiert hatte. Ich glaub, in der Sendung mit Etienne, wo ich gesagt hätte, nee, da schlägt mal raus, dann bringt mein Springer raus, greift gleich die Dame an. Mal gucken, ob er aufgepasst hat. Hat er. Also, der Springer setzt die Dame Gardé, so heißt es tatsächlich, greift sie an. Und Matteo muss gleich wieder weg damit. Wo seltsame Eröffnung. Wir haben sonst immer nur Bauern gesehen. Meinst du, die haben sich vorher was rausgesucht? Erkennst du das wieder? Ist das der Zug vom letzten Weltmeister oder so? Spielfeld. Ja, ist halt der eine ... Ich muss mal ganz kurz bei mir nicht schauen, ob es jetzt stabilisiert, aber es müsste jetzt ... Okay, es geht wieder. Ich spiel einfach weiter. Wir sind wieder da. Also, es ist eine, wir nennen das Nebenvariante, ein Abspiel, das der Theorie bekannt ist, von Großmeistern aber selten gespielt wird, weil man halt mit dieser Dame schon ein bisschen Zeit verloren hat durch das Rausziehen, den Bauern schlagen und wieder zurück. Und am Anfang will man ja schnell die Figuren mobilisieren und nicht mit der Dame durch die Gegend ziehen. Springer nach C3, Springer nach D4, Springer nach C6, Springer nach F3, das ist beides in Ordnung. Er hat diesen Bauern attackiert, Etienne verteidigt den, Springer nach F6, bringt jetzt die Springer raus, wie wir es gelernt haben. Man könnte mit Weiß gleich weiter Druck machen, diesen Springer attackieren mit dem Bauern. Aber ich hab so viel die Eröffnungsprinzipien gepredigt, Läufer raus, kurz auch gerade, dass ich das von Etienne erwarte und so kommt es auch. Ja, hoffentlich. Schauen wir mal. Er hat noch andere Möglichkeiten, auf jeden Fall. Ateo studiert die Situation. Spielt Bauern nach E6, baut damit seinen eigenen Läufer ein. Der kann jetzt nicht mehr so aktiv rausgehen. Aber er muss ein bisschen aufpassen hier auf Etienne's Läufer. Insofern ist das ganz okay, weil der Läufer gleich ein paar wundene Punkte in Beschlagnahm. Also alles gut. Kurz auch gerade, auch gut. Der hat seine Hausaufgaben gemacht. Ja, Etienne Weiß, Matteo in Schwarz, wir drehen das gleich mal um. Weiß in Führung, sehen wir links an dem schönen Chancenbalken, aber nur minimal ein Bauerunterschied. Ja, ist noch nichts passiert. Noch Material gleich halt auf dem Brett. Weiß hat halt leichten Vorteile, dass er ein bisschen Zeit gewonnen hat am Anfang. Aber noch nichts Tragisches. Und jetzt kommt so ein bisschen die spannende Phase, weil haben wir auch schon häufig in den Sendungen so, am Anfang die Figuren rauskriegen, das haben die Jungs mittlerweile drauf. Aber danach muss man halt einen Plan fassen, wie es weitergehen soll. Ich bin gespannt, was Etienne macht. Und er geht sofort über die sogenannte Demarkationslinie. Hier mit dem Bauer nach D5. Greift er mit dem Springer an und provoziert Matteo zu abtäuschen. Matteo schlägt diesen Bauerun zurecht. Etienne könnte jetzt mit seinem Springer oder mit seinem Läufer widerschlagen. Es gäbe gleich viel. Ja. Da wird das Brett vielleicht richtig bereinigt hier. Er schlägt mit dem Läufer. Ich hätte eher mit dem Springer genommen. Aber es macht keinen großen Unterschied. Weil der Läufer jetzt von dem Springer geschlagen werden könnte. Und dann würde ich mit einem Springer gegen einen Läufer verbleiben. Im Zweifelsfall habe ich lieber den Läufer. Aber es sind Feinheiten. Die sind beide ungefähr gleich viel wert. Matteo nimmt ihn auch nicht weg, sondern spielt Läufer raus nach G4. Jetzt hat Etienne wieder die Qual der Wahl. Er könnte hier auf C6 diesen Springer beseitigen. Wäre sogar ein Schachgebot. Matteo würde zurückschlagen. Dann könnte er die Damen tauschen. Aber wir hatten auch schon häufiger das Thema, dass die Jungs nicht gerne so viel Material abtauschen am Anfang von sich aus, sondern eher erst mal versuchen, Sachen auf dem Brett zu behalten. Gucken. Viele Möglichkeiten. Hör auf. Was könnte er noch machen? Ich würde wahrscheinlich tatsächlich hier schlagen. Ich habe zwar eben gesagt, Läufer ist besser als Springer, aber hiermit hätte ich immer noch einen sogenannten Doppelbauern verpasst, wenn der Bauer zurückgeschlagen hätte. Ah, okay. Doppelbauern provoziert. Hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Doppelbauern. Turm nach E1. Auch gut. Türme sollen auf offene Linien. Matteo rochiert ebenfalls gut. Also bisher keinerlei Fehler, Flüchtigkeits- oder anderweitige. Gutes Niveau. Uh, und kaum sage ich's, ich bin auch eine Jinx. Kommt Springer nach E5, damit lässt er seine Dame ungedeckt. Ja, aber sein Springer ja auch, oder? Ja, der Springer ist nicht so wichtig. Die Dame, neun Eiskugeln, können hier weggehauen werden von dem Läufer. Aber von vornherein, was wollte er mit dem Springer? Schade, gut. Gucken, ob's da eine Reaktion gibt. Nee, er bleibt stoisch, schlägt sofort zurück, als sei das von langer Hand geplant. Aber ... Naja, gestern hat er von dir ja gelernt, wie ein kluger Damentausch geht. Ja, das war ja kein Damentausch. Das war Dame weg für den Läufer. Das ist ... Ich meine, das ist Darmteasing von gestern. Aber das war's leider nicht. Ich hab's nicht mal gesehen. Ich hab nicht mal gesehen, dass du sie geschlagen hast. Ich bin zu aufgeregt, Alter. Die Nerven, die Nerven. Scheiße. Hä? Auch Matteo, jetzt mit Wackler vielleicht hier, wegen dieser überraschend frühen Führung, er hätte einfach diesen Springer auch noch schlagen können. Ja. Und dann wär's eigentlich schon vorbei gewesen. Er zieht den Springer weg. Jetzt könnte Etienne sich mittels eines kleinen Tricks die Dame zurückholen. Und zwar Läufer schlägt F7. Ein sogenanntes Abzugsschach. Der Läufer gibt Schach und macht den Weg frei für den Turm, der dann die Dame zurückschlagen könnte. Er bliebe trotzdem im Hintertreffen. Wir sehen, der Computerbalken sieht Etienne hier auch schon hoffnungslos hinten. Aber Springer B4 gibt ihm noch ein bisschen Hoffnung. Jetzt müsste er mit dem Läufer hier schlagen, der Turm würde wahrscheinlich zurückschlagen, dann die Dame schlagen. Und wer weiß, was da noch passieren kann. Ich bin gespannt, ob's dazu kommt. Das wär tatsächlich ein ziemlich guter Zug. Ja, ja, ja. Und das würde Etienne ja auch tatsächlich wieder zurückbringen. Ja. Bisher ja, soweit alles normal. Aber dann hier noch mal in Zeitlupe. Springer zieht weg. Aber das war die sogenannte Fesselung. Gibt, ignoriert diese Fesselung, gibt damit die Dame her. Und dadurch wird es ganz, ganz schwer. Etienne hat nicht diesen Trick gemacht, den ich gesagt hatte. Er schlägt F7, sondern seinen Läufer weggezogen. Greift da mal die Dame an. Aber dadurch, dass es kein Schach ist, kann Matteo jetzt seine Dame wegziehen. Oder was dazwischenstellen, behält seine Heimmeerdame. Und das ist schon ein großer, großer Vorteil in Matthäus Händen. Ja. Spiel laufen nach D6, blockiert damit den Turm. Macht schon. Du hättest mich jetzt, glaub ich, schon, du hättest mir meine Dame auch nehmen können. Matteo hat's auch gesehen, was die Tieren hätte machen können. Ja, weißt du. Nee, nee, egal. Egal. Nicht die Zeit für Analyse, aber ich glaube, ihm ist auch aufgefallen, dass dieses Abzugs-Schach in der Luft lag. Ja. Wem drückst du die Daumen? Sind wir unparteiisch? Oder ist hier Etienne der hauseigene Mann? Bist du für den? Wie stehst du da? Ich kenne Etienne einfach schon sehr, sehr lange, deswegen bin ich natürlich für den Herrn. Ich bin für Matteo, ach so. Ich bin tatsächlich sehr stolz auf ihn, dass er trotzdem noch seine Fasson behält. Trotz dieser zwei vernichtenden Fehler eigentlich gerade. Aber ich meine, völlig egal. Er hat noch ein Spiel, um alles wieder gerade zu bügeln. Und das hier ist auch noch nicht gelaufen, obwohl der Balkenschirm sehr dunkel aussieht. Zum Ausbau nach A3, greift jetzt den Sprenger an. Matteo hat viele gute Möglichkeiten. Er könnte mit seiner Dame aus dem Weg gehen, diesen Sprenger angreifen. Er könnte sich auch einfach zurückziehen. Das wäre das alte Thema, wenn man mehr Material hat, dann hilft es einem auch weiter, Figuren einfach abzutauschen. Also hier, er könnte mit dem Sprenger hingehen und sagen, schlag doch, ich schlag zurück, dann muss ich mir um die Sprenger keine Sorgen mehr machen. Ja. Viele Optionen. Ei, ei, ei. Ja, ich glaub, Matteo, man sieht's an seinem Gesicht. Er muss sich jetzt entscheiden, welche dieser Optionen er wählt. Er sieht so wach aus heute, ich bin das nicht gewohnt. Ich kenn ihn nur um 12 Uhr morgens. Das ist ein ganz anderer Mensch. Ja, total. Er explodiert vor Euphorie. Dame nach E7, gut gespielt, das war der Zucht, der ich erwähnt hatte. Da sieht man schon, er hat ein bisschen fortgeschrittenes Niveau. Er zieht nicht den Sprenger weg, der angegriffen ist, sondern überlegt, was kann ich hier für Gegenangriffe starten. Dame nach E7. Damit entfesselt er sich. Die Dame war ja gefesselt an diesen Läufer durch den Turm. Jetzt ist sie's nicht mehr, weil sie nicht mehr dem Turm gegenübersteht. Ja. Greift den Sprenger an. Gut gespielt. Mhm. Bester Zug für Etienne wäre, diesen Sprenger so Kamikaze-mäßig hier auf F7 reinzuhauen. Der würde geschlagen werden, und dann diesen Sprenger zu schlagen. Sorry, ich mach hier nur Züge vor mich hin. Womit er ein bisschen Figuren zurückgewinnen würde, aber nicht genug, um wieder ins Spiel zu kommen. Aber interessant, ja. Bauer nach F4. Überdeckt den Sprenger. Kann trotzdem weggehauen werden, natürlich. Oder er kann wieder den Rückzug antreten. Ich würde wahrscheinlich jetzt Sprenger nach C6. Bauer nach F4 hat den Nachteil strategisch erst im blösten bisschen den eigenen König. Man möchte immer ungern diese Bauern vorziehen, es sei denn, es geht nicht anders. Mhm. Gut, er hat größere Sorgen mit der Dame weniger, aber allgemein gesprochen, hier, Matteo nutzt es auch gleich aus, gibt ein Schach. Und das Schach wäre nicht möglich gewesen, wenn der Bauer noch hier auf F2 gestanden hätte. Ah, schau mal, schon direkt machen die Worte, die du sagst, fünf Sekunden später Sinn. Ich hab einen Delay, nennt man mich auch. Ja. Zeit, mich auch beide gleich auf. Ja, der König sollte aus dem Weg gehen, König nach H1. Wirklich in die Ecke? Das alte Thema, ja, in der Ecke ist immer sicherer als in der Mitte. Aber da kommst du doch nicht mehr raus. Ja, musst du ja nicht. Der König soll ja nicht partizipieren, der soll sich möglichst verstecken vor den gegnerischen Figuren. In der Mitte kann er einfach leichter angegriffen werden. Deshalb, Etienne, stell den hier nach F1 weiter. Ah, okay. Okay, kann er zu Matthäus Spielball werden? König nach F1, ich würde immer noch den Springer jetzt mal retten. Gucken, was er macht. Aber ja, bisher bestimmt Matthäus hier das Geschehen. Spielspringer nach C6. Man merkt ihm einfach da die größere Erfahrung an. Wie sieht's punktetechnisch aus, dass das irgendwo stehen? So, Eiskugel-mäßig. Ja, Eiskugel. Wir können mal durchzählen. Schwarzer hat die Dame, ist ungefähr neun wert. Weiß hat für diese Dame nur einen Läufer, der ist ungefähr drei wert. Sonst ist es ausgeglichen. Sprich, sechs Eiskugeln mehr für Matteo. Und leckere Eiskugeln. Walnuss oder so. Magst du nicht? Was bist du für ein Eistyp? Alles außer Walnuss. Okay, Haselnuss. Hm. Sprenger nach B5 mobilisiert die letzten Reserven. Aber der Sprenger kann da nicht viel holen. Ist halt auch hoffnungslos, wenn man diese Dame weniger hat. Die kontrolliert so viel Felder. Nach D8, Matteo weiß auch, er kann jetzt hier Figuren tauschen. Sich das Leben einfacher machen. Der weiße König ist offen. Ich seh schwarz für weiß. Hm, der Läufer nach D2 verhindert den Turmabtausch. Das ist von der Idee her richtig. Man möchte nicht vereinfachen, wenn man so viel weniger hat. Aber es rettet ihn natürlich auch nicht. Er kann jetzt hier ... mit dem Sprenger schlagen. Der Bauer müsste zurückschlagen. Dann würde die Dame schlagen und gleich neue Angriffsziele finden auf dem Brett. Was soll ich sagen? So eine Dame ist zu viel. Ja, aber interessant, wie sich das jetzt doch irgendwie ein bisschen streckt. Nach den zwei fundamentalen Fehlern von Etienne ist er irgendwie noch nicht weg vom Fenster da. Ja, ich befürchte für ihn schon. Also, er tut jetzt, was er kann. Aber den Nachteil kann man normalerweise nicht aufholen gegen Matteo. Das ist ja zu routiniert. Und wenn er auf Unentschieden spielt, wäre das eine Möglichkeit für Etienne gerade? Auch nicht mehr, oder? Keine Chance. Fehlt halt die Dame. Also, er kann eigentlich nur auf ein grobes Übersehen hoffen, dass er die Dame irgendwie angreift und Matteo sie nicht wegzieht. Haben wir aber wenig von ihm gesehen in diesem Turnier so. Guter alter Unforced Errors deshalb. Kann ich's mir nicht vorstellen. Ich glaube, abhaken, auf die nächste Partie mental schon konzentrieren. Denn hier wär das schwer, was zu holen. Ja, das sieht der Chance-O-Mat an dem Rand auch so. Zum Glück gibt's halt keinen Fußball oder so was. Sonst könnte man denken, die Spieler haben's eilig. Das könnte durchaus sein. Ja. Nee, ich hab auch keine, keine guten Ratschläge. Hm. Der König steht alleine. Die Dame wird ihm gleich näher kommen hier. Schachs geben. Was soll man machen? Ja, nicht viel, ne? Schade. Ist halt kein Videospiel, so wie wir's sonst kennen, wo wir jetzt noch einen Zauberspruch raushauen können. Leider nicht dabei. Nee, du bräuchtest hier irgendein Extradame-Cheatcode. Ach, den gibt es nicht im Schach. Spielt Tor nach R1, greift die Dame an. Das ist ja auch eigentlich die verbliebene Hoffnung, dass so was halt übersehen wird. Ich kann's mir nur echt, bei allem, was ich von Matteo gesehen hab, nicht vorstellen. Spielt Dame nach R5 Schach. So was sieht er schnell. Gibt's eigentlich Profischach-Schummelversuche? In irgendeiner Form, oder, oh, meine Dame ist wieder da, oder irgendwas? Nee, solche nicht. Das große Problem, was wir haben im Schach, oder die große Gefahr ist immer, dass jemand auf irgendeine Art und Weise eine Schach-Engine, einen Schachcomputer, mitlaufen hat oder die sehen kann. Denn Schachcomputer sind uns über, auch auf Profi-Niveau. Sodass jemand völlig unschlagbar ist, wenn er die Züge von einer Engine sehen kann. Und da gibt's hin und wieder ... Gab's nicht auch mal Fälle, dass jemand einen Knopf im Ohr hatte? Ja, das war so eine alte Story. Damals war ein Computer auch schon gut, ich glaube. Ein Herr Alvermann, irgendwann, ich weiß gar nicht, das war in den 90ern oder so, der hat beim Turnier als unbekannter Spieler ein paar Großmeister besiegt. Und war schon ein bisschen verdächtig, hatte irgendwie so lange Haare und sah komisch aus. Ja, klar, verdächtige Haare. Nein, 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 aber man hat den Eindruck, er versteckt irgendwas da drüber. Ach so. Und dann irgendwann konnte er es nicht lassen, nur zu gewinnen, sondern hat auch einmal gesagt, jetzt ist Schachmatt in sieben Zügen. Was, ja, sehr unüblich ist, das einzusagen und auch das voraussehen zu können. Hat er sich selbst verraten? Also, und dann wurde er erwischt, dann musste. Okay. Rubbing it in war zu viel. So, hier Sprenger E4 von Matteo. Ja, er dominiert die Situation. Er hätte es hier schon schneller beenden können, hätte Dame nach F2 Schach spielen können. Der König hätte nur dieses Feld gehabt und dann wäre Dame schlägt D2 schon Schachmatt gewesen, aber auch Sprenger nach E4. ist absolut kein Fehler. Ne, was soll ich euch noch erzählen? Es gibt, es gibt zu wenig Hoffnung. Naja, ein Match ist noch da, um alles wieder auszumügeln. Wir haben schon viele Comebacks gesehen. Ich stelle mir einfach nur gerade vor, wie es bei Etienne so in seinem kleinen Kabuff duften möge zwischen den 60 Paar Schuhen. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich glaube, er hat den guten Vorsatz jetzt nicht zu sehr in Selbsthass zu verfallen, sich zu konzentrieren. Aber die Stellung selbst bei voller Konzentration bietet halt auch so wenig Hoffnung. Ja, wobei Matteo ja im Vorfeld auch immer wieder gezeigt hat, dass er tatsächlich was draufhast. Dessen ist sich Etienne bewusst. Deswegen ist er wahrscheinlich auch nicht mit falschen Vorstellungen hier reingegangen und versucht, ein gutes Bild abzugeben. Das tut er bis dato absolut. Und das ist halt auch so im Schach. Die Erfahrung, die Matteo hat, die holst du an Etien Stelle auch nicht über Nacht auf. Also, diese Sicherheit jetzt nicht, die Dame stehen zu lassen am Anfang, das ist bei Matteo einfach ein bisschen mehr drin. Okay, was hat Matteo denn für eine Erfahrung? Ich glaube, er hat relativ viel Schach gestreamt. Gestreamt? Auf Bonchoa hier hat er ein paar Matches gehabt. Ah, okay. Also, schon drin im Thema. Können ich nach C1 hier. Er hat ein paar Matches gestreamt. Etienne kann das nie wieder aufholen. Nein, natürlich kannst du es nicht aufholen, aber er hat sich zwei Monate beschäftigt und Etienne jetzt natürlich auch ... Nein, du hast recht, er kann das nie wieder aufholen. Bonchoa heißt auch, glaube ich, heißt auch Großmeister oder so, habe ich jetzt gehört. Ja, ah, ist es so. Ja. Ja, ich hab mal gelesen, 10.000 Stunden, dann bist du Meister in etwas. Gibt's so eine Regel auch für Großmeister? Ja, das ist ja so die Faustregel. Für alles, um in irgendwas gut zu werden, brauchst du 10.000 Stunden. Das sagt man im Schach auch. Ich weiß nicht, ob das jemand überprüft hat. Das ist diese alte Malcolm-Gladwell-These, ne? Aber schon was dran. Sorry, wir sollten hier ein bisschen zum Spielverlauf zurück. Es ist nur einseitig. König nach D1, er versucht hier wegzurennen. Matteo schnappt sich diesen Läufer mit Schach. König nach C1. Dame nach F2. Ist das ein kleines Übersehen, oder hat er schon ein Matt geplant? Er lässt diesen Springer unbeaufsichtigt. Und Turm schlägt E4. Etienne schlägt ihn. Matteo immer noch haushoch im Vorteil. Aber Dame F2, wenn er hier jetzt nicht gleich Matt setzt, dann vielleicht ein kleiner, doch flüchtiger. Also von mir, meine ich. Waffer E3. Er versucht, den König zu jagen. Der kann aber noch wegrennen. Er könnte hier König B1, dann König nach A2 sich hier verstecken. Und es wäre erst mal kein Matt zu sehen. Vielleicht gäbe es noch ein bisschen Hoffnung durch diesen geschenkten Goal. Er muss jetzt allerdings schnell, schnell weg. Wenn er nicht mit dem König nach B1 geht, dann gibt es hier diverse Matts, die drohen. Dame nach E1 wäre Schachmatt. Turm schlägt C2 gefolgt von Turm schlägt. B2 wäre Schachmatt. Er muss sehr aufpassen. Dame nach F1 wäre auch Matt. Dame nach G1. Der König muss hier hin. Und dann hier. Auf der Uhr, Matteo, leicht im Vorteil, ne? Oh ja. 44 zu 3,20. Noch nicht entscheidend. Die Spieler kriegen ja diese 10 Sekunden Gutschrift pro Zug. Es ist insofern entscheidend, dass Matteo genug Zeit hat, um hier in Ruhe zu überlegen. Wie er es alles nach Hause bringt. Was hast du so 10.000 Stunden gemacht? World of Tanks oder was war das? Ja, zum Beispiel kann er auch sehr gut schlafen, muss ich zugeben. Schlafen kann er auch. Ich arbeite an den 10.000 Stunden Netflix. Oh, weiß nicht, ob er einen Preis kriegt. Dame E1 Schach. König A2. Also Etienne hat das gut gesehen hier. Ist weggelaufen. Und ist noch nicht vorbei. Matteo, ja, auch wieder vertieft in die Partie. Hat hier nicht gleich verwandelt die ersten Chancen. Er konnte ja schon Schachmatt in zwei Zügen setzen vorher. Und jetzt muss er arbeiten. Dann der König ist erst mal safe. Die Dame ist angegriffen. Ich bin gerade so schlecht. Ja, er hätte Etienne sich ein bisschen beeilt. Und wäre jetzt nicht zwei Minuten Unterschied. Wie immer. Wie ich es halt immer mache. Warum? Völlig ohne Not. Und haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, so im Vorgefühl des sicheren Sieges. Vielleicht habe ich es auch zu früh verkündet hier, dass es da nochmal Wackler geben kann. Trotzdem muss man sagen, Schwarz hat nach wie vor entscheidende Vorteile. Solange er diese Dame hat und nicht Haus und Hof verliert drumherum. Sollte es reichen. Aber Etienne's Lage hat sich extremst verbessert im Vergleich zu vor ein paar Zügen, wo er hier mit dem König in der Mitte war, von allen Figuren attackiert wurde. Und jetzt sehen wir, der König, ein ruhiges Plätzchen gefunden, ist sicher. Matteo hat es versäumt, ihn matt zu setzen. Und es gibt sogar Anzeichen von Aktivität, Turm auf der siebten Reihe ist immer eine gute Sache. Kann hier im Zweifelsfall ein paar Bauern abräumen, behält auch diesen wunden Punkt Efton im Blick. Scheint mit seiner Verteidigungsstellung da im Südwesten ganz zufrieden zu sein, deswegen geht ja sein Turm auf Reisen. Ja, das hier ist ein relativ sicheres Lager tatsächlich. Und auch leichte Unzufriedenheit bei Matteo, ist ja auch frustrierend, weil man so einen Riesenvorteil hat, dann den König entwischen lässt. Ja klar, es besteht natürlich immer noch die Gefahr, dass er einen Fehler macht und das will er nicht. Kennst du Matteo? Kennt ihr euch in der Szene so gegenseitig hier? Habt ihr Gastauftritte in den Shows? Wie funktioniert das? Ich kenn Matteo, ja. Aber ich weiß nichts über seine Schachkenntnisse oder sonstige Hobbys. Er macht's trotzdem einfach nur mega gut. Nur frag ich mich gerade, das Pferd auf diese Position jetzt von Eddie, nimmt er dem Turm jetzt eigentlich nicht die Abrollmöglichkeit? Hätte das Pferd nicht was anderes machen können? Ja, Hauptsache er schlägt den Bauern. Ich hätte auch eher mit dem Turm genommen, weil er sich hier noch weiter hätte durchfressen können vielleicht. Aber auch so ist okay. Sprenger kann vielleicht irgendwo sich noch nützlich machen. Ist halt das Ding, deshalb fällt es mir so schwer, gute Züge zu sagen. Im Prinzip ist alles hoffnungslos für Weiß, solange Matteo nix falsch macht. Er muss eigentlich auf einen groben Fehler hoffen immer noch. Aber trotzdem, der Trend ist Etiens Freund hier. Die letzten zehn Züge sind sehr, sehr gut für ihn gelaufen. Aus hoffnungsloser Lage in nur noch ziemlich hoffnungsloser Lage. Ja, aber wie kommt denn Matteo jetzt unten an den König ran, da? Also ganz versteckt da hinter der kleinen chinesischen Mauer? Ja, er ist ziemlich safe. Man kann irgendwann hier mit dem Turm schlagen, zu sagen, okay, Turm ist ein bisschen mehr wert als ein Läufer, aber ich möchte diesen König freilegen. Ich schlage hier, du schlägst zurück, ich schlage mit der Dame und dann bin ich ein bisschen dichter dran, kann den König hier wieder nerven. Das würde ich irgendwann andenken. Oder du kannst auch deine Überlegenheit auf dem Rest des Spielfeldes ausnutzen, um erstmal ein paar Figuren zu jagen. Zum Beispiel, jetzt könnte er Läufer nach D6 machen, ein Doppelangriff auf den Sprenger und den Turm. Also es bleibt schwer, es bleibt schwer. Naja, wie gesagt, Etienne hat gleich nochmal die Möglichkeit und wenn er es da zum Unentschieden schafft, sogar noch ins Amagerro. Hier sind wir ein bisschen das Problem, wenn man ungedeckte Figuren hat, die nicht so koordiniert sind. Jetzt werden zwei angegriffen, beide sind nicht verteidigt und sie können sich auch nicht gegenseitig verteidigen. Wenn der Turm das versuchen würde, hier oder hier, würde er auch vom Läufer erwischt werden. Also da fällt ein weiteres Material. Sprenger nach D5, er entscheidet sich, den Springer zu behalten, muss dafür aber den Turm hergeben. Schwer zu sagen, Sprenger ist ein bisschen trickreicher, also ist vielleicht die bessere praktische Entscheidung. Das war gut. Das ist alles sehr, sehr gut. Ja, vielleicht hat er dir aber auch zu lange zugehört, denn der Turm ist ja zwei Eiskugeln mehr wert. Korrekt. Dafür gibt es einen Schach, aber es ist nur ein sogenanntes Rache-Schach. Der Springer greift den König an, der König hat aber gar keine Wahl, als auszuweichen. Und dann war es auch. Wobei, das Springer-Abenteuer. Fie nach G7. Einmal durchzählen. Dame, zwei Türme, Läufer, ein Turm, Läufer, Sprenger. Das ist schon eine überragende Übermacht. Oh. Macht ein bisschen Platz. Ja. Was hat er da vor? Es gibt da keine guten Möglichkeiten mehr, weil die Figuren ausgegangen sind. Also kannst du aufs Ende warten hier. Okay. Okay. Turm nach der Acht. Könnte ganz pragmatisch planen, den letzten verbliebenen Turm hier noch abzutauschen, indem er den Turm herinstellt. Ja. Wird's ihm einfacher machen. Nees. Ah, ein Fluchtversuch des Königs auf der linken Außenbahn. Ja, kann auch wieder abgeschnitten werden, Läufer, Desak, Schach zum Beispiel. Oder Dame, C5, Schach, würde auch den Sprenger einsammeln. Aber Matteo spielt Turm nach der Eins. Was ja praktisch eine sehr gute Entscheidung ist. Er eliminiert die letzten Einheiten, die Etienne hat. Ja, absolut. Und das Ende naht. Hinter der Defense-Line durch. Ja, ein bisschen schade, weil Etienne eigentlich sich gut wehrt seit diesem Anfangsfehler. Aber der Anfangsfehler war so riesig, dass du den Nachteil eigentlich nicht wieder aufholen kannst, ne? Außer es passiert ein Wunder. Ja, ja. Dieses Sprenger E5-Läufer schlägt der Eins, diese Situation. Und danach war's echt schon ziemlich Drops gelutscht, trotz der Abenteuer jetzt. Matteo hat so viel, wie nennt man das, Margin for Error. Er kann dumme Fehler machen und er bleibt trotzdem mit dran da vorne. Er hat noch ein paar Fehler frei, die er sich leisten kann. Aber wenn wir jetzt mal, es gibt ja verschiedene Arten von Fehlern. Leichte Fehler, große Fehler. Wenn wir sagen, es war ein großer Fehler, jetzt schon so früh seine Dame zu verlieren. Fehler dieser Größenordnung, passieren die überhaupt im Profispiel noch oder sieht man das gar nicht? Ey, sowas sieht man nicht. Es gibt natürlich Fehler, die auf unserem Niveau genauso entscheidend sind und genauso du dann keine Chance mehr hast. Aber dass man die Dame sich schlagen, das passiert. Aber wenn mal so ein richtig schöner Großmeister so einen Fehler macht, raunen denn auch die Zuschauer oder sowas bei so einem öffentlichen Turnier? Gibt's das? Die merken das gar nicht wahrscheinlich. Die Zuschauer mengen im Schacht. Wenn das wieder im Olympiastadion. Dann haben sie kurze La-Ola-Pause und sagen, oh, hier, älferschlecht Dame. Ne, online wird man natürlich dann belächelt. Da sind eher die Zuschauer. Auch nicht die Mengen, aber die paar Zuschauer, die wir im Schach haben. Ansonsten, das Live-Publikum ist noch ausbaufähig. Aber deshalb im Moment, so komisch es auch alles ist, für Schach keine schlechte Zeit, weil ja sonst nichts stattfindet, aber du Schachturniere natürlich online ganz gut veranstalten kannst mit nicht so viel Aufwand. König nach A3. Du willst mich aber auch ein bisschen quälen. Ne, ne, Eddie, wirklich nicht. Ich versuch das Spiel schon, ich versuch das wirklich so schnell zu machen wie möglich, aber ich bin grad komplett... Wenn die Zeit tickt, na gut, der kriegt wieder seine Zehn. Ich gehe nur nicht auf, damit ich keinen Shitstorm von der Community kriege. Rechne ich die hoch an. Ich hätte vielleicht Angst, dass ihm unterstellt wäre, dass er hier schnell beenden wollte, um Fußball zu gucken, ne? Aber wenn er das extra in die Länge zieht, kriegt er aber Ärger von mir. König A1, jetzt könnte er einen schönen Trick machen, Matteo, ist völlig unnötig. Nur für die Galerie, er könnte Dame nach A3 Schach geben. Die darf nicht geschlagen werden, weil der Läufer hier fesselt. Der König müsste nach B1 und Dame schlägt B2, wäre Schachmatt. Also völlig überflüssig, aber hübsch. Dame nach F6. Das ist doch mein König. Macht das auf Safe, greift diesen Ball an. Der hat halt Dame und Turm mehr. Ende. 14 Eiskugeln. Ganz ehrlich, ich bin ein bisschen lost. Räufer schlägt B2. Matteo entschuldigt sich die ganze Zeit, dass er nicht schneller matt setzt, aber... Ist doch Schachmatt, oder? Nee, 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 nee. Ist ja nicht mal Schach, oder? Das habe ich noch. Im Schach gibt es keine Preise für schnell matt setzen. Es geht eher darum, auch auf hohem Niveau, dass du möglichst sicher gewinnst und nicht, dass du in zwei Zügen gewinnst, die aber nicht sicher bist. Also insofern hat er das alles. Ja, okay. Räufer nicht gemacht. Jetzt wäre Schachmatt in einem Turm A1 in die Ecke. Das wäre es. Und er hat es gesehen. Oh Gott. Was ist jetzt passiert? Es ist matt. Ach, jetzt ist es schachmatt. Ja, es ist schachmatt. Herzlichen Glückwunsch für die erste Runde. Die geht an Matteo. Das verbockt mit der Dame. GG. Ey, ohne Scheiß. Ich habe am Anfang, war ich so raus. Also Eddie, es gab, glaube ich, drei oder vier Situationen, wo der jetzt einfach mich schachsetzen könnte mit einem Läufer und meine Dame dann einfach nehmen können, glaube ich. Nee, oder schachsetzen mit einem Springer. Ich raff nicht, wieso mir das passiert, dass ich deine Figur angucke und nicht sehe, dass sie meine Dame angreift. Das ist mir jetzt auch schon in einem anderen Spiel gegen Varion ist mir das auch schon passiert. Wieso sehe ich das nicht? Das ist mir völlig schleierhaft. Mein Springer war gefesselt und du hast es selber gezogen, sodass ich reinziehen konnte. Also das war nicht von mir. Also ich habe den nur hingezogen oder man konnte die Dame noch nicht schlagen. Und dann hast du deinen Springer gezogen und dann ging es erst. Wir können hier noch einmal zeigen, die entscheidenden Momente. Der eine Hauptmoment war tatsächlich, worüber ihr gerade redet, der Springer hier war nur gefesselt. Es drohte nichts Schlimmes, aber dadurch, dass Etiani weggezogen hat, Springer nach E5, war der Blick des Läufers auf die Dame frei und hier nach Läufer schlicht der 1, danach war es schon uphill battle. Was ist das für ein Move, ey? Was ist das für ein Move? Es gab später noch die Situation, das meinte Matteo eben, hier nach Turm schlicht der 1, Springer nach B4 war nicht so gut, man hätte einfach diesen Springer zum Beispiel schlagen können. Hier hätte Etiani sich die Dame noch zurückholen können mit einem sogenannten Abzugsschach. Läufer schlicht F7. Der Läufer geht aus dem Weg, gibt Schach und der Turm greift die Dame an. Auch dann wäre Matteo klar ein Vorteil gewesen, weil er mehr Figuren übrig behält. Aber das war wahrscheinlich die letzte Chance. Danach hat Etiani sich super zurückgekämpft und gab ein, zwei Wackler bei. Matteo hätte ihn schneller absetzen können, aber es gibt halt keine Chance mehr gegen diese Extra-Dame, da, das ist zu viel. Ja, wenig Chancen im letzten Match für Etiani, aber das heißt nicht, das ist die letzte Chance schon vorbei. Eine hat er nämlich noch und das ist eine ganz gute. Wenn er jetzt nochmal rausholt, kommen wir zum Armageddon, aber ich denke, das Ganze ist nochmal offen. Etiani, jetzt noch einmal konzentrieren. Du hast das gut gemeint, du hast dich nicht ablenken lassen, darüber haben wir uns hier sehr positiv unterhalten, dass du dich trotz dieser zwei Fehler nicht hast, außer Fasson bringen lassen. Matteo, dir auch nochmal Glückwunsch, aber reiß dich zusammen. Sind wir bereit für die nächste Runde, Jan? Ich weiß nicht, wie es läuft, machen wir erst Werbung oder geht es gleich weiter? Okay, rüber Idee, dann schauen wir kurz eine Runde Werbung und wir sehen uns gleich wieder, Etienne gegen Matteo im großen Finale, Zugzwang, bis gleich. 1 zu 0 für Matteo im großen Finale von Zugzwang. Wir haben schon lange drüber geredet, deswegen schlagen wir vor, schauen wir uns die nächste Partie an. Etienne gegen Matteo. Matteo jetzt mit den weißen Steinen. Ein Unentschieden würde ihm reichen, um dieses wichtigste Turnier des Jahres zu gewinnen. Zur Anmerkung, weil ich das mitgekriegt habe hier. Das ist alkoholfreies Bier, das Leute sagen. Der wird sich ja jetzt nicht bei so einer Partie mit Alkohol. Ja, wir haben den Fehler entdeckt bei Etienne. Was Etienne immer alles vorgebracht hat. Das würde mir helfen, um ein bisschen ruhiger zu werden, um ehrlich zu sein. Einfach das einzig Erfrischende, was noch hier eigentlich einmal so cool war. Okay, let's go. Bist du bereit? Ja, good luck, have fun. Los geht das. Etienne mit Schwarz muss versuchen, den Ausgleich zu schießen, wie David Alaba. D4, D5, Springer nach F3 und Springer nach F6. Also, bisher alles nach Lehrbuch. Beide Seiten bringen ihre Springer in die Mitte, kämpfen um Zentrum. Ist das die russische gewesen oder die französische Eröffnung? Das hier ist jetzt das Londoner System. Ach so, ja, sorry. Das ist das alte Londoner System. Meine ich doch. Howard Sturton hat sich das ausgedacht, im fernen London. Klar. Offen nach F5. Ich weiß nicht, das stimmt. Also, Etienne sollte nicht zu lange die alte Ich-kopier-all-deine-Züge-Taktik machen. Das rächt sich immer mit Schwarz. Irgendwann, irgendwann, wenn's in den Schlagabtausch geht, dann hilft der weiße erste Zug. Aber trotzdem waren all seine Züge bisher vollkommen richtig. Bringt die Figuren raus. Ich will jetzt Bauernah E6 spielen, dann läuft er irgendwo hin. Kurz auch Hale, dein üblichen Schnack. Bauernah H6. Vielleicht hat er da sich ein Lehrvideo angeguckt. Das ist ein recht fortgeschrittener Zug. Er möchte diesem Läufer ein ... Nee, kaum sag ich's. Er hatte andere Ideen. Aggressivere. Ich wollte sagen, er möchte diesem Läufer ein ... geschütztes Plätzchen auf H7 sichern, falls er angegriffen wird. Aber er wollte vorbereiten, mit dem Bauern hier vorzugehen und dem weißen Läufer anzugreifen. Mhm. Was okay ist, wenn er ihn erwischt, ist gut. Es schwächt allerdings ein bisschen die Seite, wo man normalerweise den König später verstecken will. Deshalb hat's auch Nachteile. Wieso kann er nicht auf der anderen Seite genauso gut verstecken? Ist die eine Seite besser? Ist einfacher, da hinzukommen. Du musst nur den Läufer aus dem Weg ziehen. Zack, schon bist du da. Hier muss die Dame immer noch weg, der Springer noch weg. Es dauert einfach länger. Deshalb sieht man selten die lange Zunge und meistens die kurze Rochade im Schach. Was einfach schwerer zu realisieren ist. Rauf nach E5. Er fesselt wieder diesen Springer. Das darf Etienne nicht noch mal passieren, dass er so eine Fesselung übersieht, den Springer wegzieht und zack, der Läufer schlägt den Turm. Springer nach C6. Greift den Läufer an. Das ist okay. Bau nach C3. Vielleicht, um mal die Dame herauszubringen. Bisher, alles im Rahmen. Ja, wobei... Gut, Matteo ist jetzt... Nee, Etienne ist dran gerade, ne? Ja, abwechselnd. Etienne war dran. Dame nach B8. Ich hab das Symbol verwechselt. Oh nein. Das ist der Schatz. Er dachte, er sei der König, er wollte rochieren. Ui, ui, ui. Ja, oh, das ist natürlich... Also, der Zug verdirbt zu seinem Glück nicht so viel, wird nix geschlagen. Aber er dachte, er kanns mit dem Turm drüber springen und den König in Sicherheit bringen. Ja. Aber zum Glück darf der Turm nicht drüber springen. Dann hätte er seine eigene Dame ausgesperrt, was sich rächen würde. Während Dame B8 ist noch kein grober Fouper. Trotzdem, jetzt diktiert Matteo wieder das Geschehen. Tien, bisher. Ja, das ist halt, er hat jetzt Zeit verloren. Oh, oh, Bau nach B5, das ist ein Fehler. Der kann von diesem Läufer geschlagen werden. Wenn Matteo das sieht, das wäre sehr, sehr gemein. Denn der Läufer würde gleich diesen Springer angreifen und dabei unterstützt werden von der Dame, wenn die sich beide auf den Stürzen erst zweimal angegriffen, nicht verteilt, darf nicht wegziehen, weil er wieder gefesselt wäre. Das wäre schon deutlicher, deutlicher Vorteil. Matteo. Aber Matteo sieht's, glaub ich, nicht. Meistens hätte er das, oder? Ja, er denkt nach, er denkt nach. Sieht er es oder sieht er es nicht? Die neue Show. Ja, ja, ja. Nachfolgeformat von Tochter oder Tochter nicht? Aber das wäre fast schon wieder entscheidender Vorteil, wenn er hier wegnimmt. Du siehst, der Computerbalken zeigt schon nur noch weiß. Aber Matteo sieht es nicht. Er zieht sich zurück. Verzeiht. Ja, aber hat jetzt der Fail-Zug am Anfang von der Dame, die stand doch jetzt ganz gut plötzlich. Na ja, B5 war ja ein schlechter Zug, er hätte ihn ja trotzdem schlagen können. Also, es wurde nicht bestraft, diese Aktion. Aber auch sonst, Bau nach B5 war halt in der Hoffnung, die Dame zu schlagen. Aber wenn ihr weggeht, du hast das Problem, man sagt, Bauern ziehen nie zurück, weil das nicht den Regeln entspricht. Und dann schwächen sie manchmal so ein paar Felder. Hier zum Beispiel dieses Feld, kann ich es nie mehr mit dem Bauern kontrollieren. Und auf hohem Niveau wirken sich so Felder Schwächen irgendwann aus. Deshalb selbst, wenn ich es umsonst gekriegt hätte, hätte ich den Bauern lieber weiter hinten noch. Ah, okay. Ja, die Dame versucht sich da jetzt rauszumanövrieren. Sieht aus wie so eine 30-Zone, braucht ein bisschen länger. Will er jetzt wirklich um die Ecke da die Dame rausholen? Nee, er kann ja auch noch schräg raus. Danke, schräg. Ich weiß nicht, die Dame steht jetzt erst mal halbwegs okay da. Er sollte sich um die anderen Figuren wieder kümmern. Hier den Läufer rausbringen und immer noch rochieren. Ich weiß nicht, ob wir Etienne vielleicht nicht vom rochieren abraten sollten. Er hat eine 50-50-Chance, dass das nicht nach hinten losgeht. Das kann sein. Aber gut, er hat ja die falsche Rochade schon gemacht. Dann jetzt die richtige nach Roch. Ja, also Etienne zeigt neue Versionen auf, wie man Rochaden falsch machen kann. Er ist mit der Dame, fahren wir jetzt auch neu. Bau nach B4. Er versucht hier, die Lage zu verschärfen. Ein bisschen Spannung herzustellen am Damenflügel. Droht im Moment noch nichts, er droht nur den Bauerntausch. Matteo könnte das ignorieren, kurz rochieren. Könnte mit seinem Bauern hier vorbeiziehen. Er rochiert. Also was Matteo einfach gut macht, er lässt dich nie was schlagen. Er hat jetzt eine Möglichkeit für ihn, übersehen, was zu schlagen. Aber er hält seine Figuren alle gedeckt, alle kompakt. Und bietet wenig Angriffsfläche. Also als Schachspieler. B schlägt C3. Du hast die meisten Matteo-Namens-Gags schon gemacht. Hast du noch einen hier mit Matt und Matteo? Nee, den hatte ich noch nicht. Oder doch, den hatte ich schon. Den hatten wir schon. Ist Etienne der Charlie-Lonois zu seinem Mäntel-Matteo? B schlägt C. Ich frag mich, Rochade ist dann so ein bisschen ungewöhnlicher Zug? Nö, Rochade war gut. Ist was Wichtiges passiert? Dame nach B2. Ich weiß nicht, ob was Wichtiges ist, aber die Dame geht hier alleine auf Bauernjagd. Was sich wieder rächen kann, er hat den König noch in der Mitte. Also man sollte nicht mit der Dame zu früh auf die Jagd gehen. Das ist so ein bisschen die Partie gegen Varyon, wo das ganz gut geklappt hat für Etienne. Hat ihm vielleicht so ein paar fehlerhafte Muster hinterlassen. Da hat er mir der Dame am Anfang gleich einiges weggeschlagen. Was eigentlich falsch war, aber es hat geklappt. Oh, 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 der erste grobe Fehler von Matteo. Dame nach B1, die kann vom Läufer geschlagen werden. Genau, sogenannter Cat-Fight. Das wär das Comeback, wenn die Tschüss-Dame-Situation hier wahrgenommen wird. Also wär im Prinzip umgekehrt wie in der anderen Partie. Der Läufer schlägt die Dame, tauscht sich damit gegen diese. Schwarz hat den entscheidenden Vorteil, nämlich ... Oh, und er sieht es nicht, er sieht es nicht. Dame schlägt C3, da war die Chance da, die Boardvision fehlte. Und wenn Matteo jetzt aufwacht und es merkt, was er getan hat, könnte er das Blatt wenden, diesen Läufer schlagen und wäre auf einmal selber entscheidend im Vorteil. Ei, ei, ei. Wer es eigentlich nicht sieht, hat Etienne noch einen Zug Zeit, vielleicht diese Dame wegzuschlagen. Ich jinx sie echt jedes Mal, ne? Kaum sage ich, er macht keine Unfossed Arrows. Zack, stellt die Dame da hin. Was ich mit der Rojade meinte, ist eher, normalerweise sind die Regeln relativ klar, aber die Rojade scheint für mich so eine Sonderregel zu sein. Ja. Woher kommt das, dass es so ein, zwei ... Auch das En Passé klingt für mich nach Sonderregel. Wie kommt das, dass es so einige kleine Kniffe gibt? Braucht es das, oder kann man das Schach auch ohne diese Sonderregeln spielen? Ich glaube, es macht man aber das Spiel, dass Gangplay ein bisschen flüssiger ist, weil es sonst einfach sehr schwer ist, diese Türme ins Spiel zu bekommen. Wenn du die Rojade-Regel nicht hättest, dann steht der König dem Turm immer Ewigkeiten im Weg und der chillt da nur in der Ecke rum. Aber durch die Rojade, zack, ist er auf einmal da. Der König ist sicherer. Also ich glaube, das macht das Spielerlebnis einfach ein bisschen schöner. Und das En Passant wirkt für mich auch ein bisschen weird? Ja, das weiß ich auch nicht genau, worauf es basiert. En Passant ist hier, der Bauer zieht zwei vor und ich kann ihn schlagen so tun, als hätte er nur einen vorgezogen, einem Zug. Also wenn wir es abschaffen würden, wäre es strategisch ganz anders. Wenn du ein Video spielst, hätte ich gesagt, es ist ein Bug. Ja, 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 aber nee, it's a feature. Okay. Aber warum genau, kann ich dir auch nicht sagen. Es macht strategisch Sinn, wenn ich mehr Raum eingenommen habe, dass ich dafür belohnt werden kann und nicht du einfach um meine Bauern rumspielen kannst, sondern dass sie halt auch ein bisschen Felder kontrollieren. Aber es ist eine komische Regel. So, wir sollten zurück zum Geschehen. Dame nach B1, Dame schlägt C3. Und Matteo ignoriert diesen Läufer. Hat einfach nicht gesehen, dass der hier im Weg stand. Spielscher ist und Dame nach B5. Ist auch ein guter Zugriss, nicht so gut für den Läufer zu schlagen. Aber Festivales und Springer bereitet vor, die Dame anzugreifen. Etienne spielt Bauer nach A6, greift seinerseits die Dame an. Und Dame nach C5, wieder ein Wackler. Matteo nicht so stark heute. Vielleicht sind es die Nerven? Nichts Schlimmes, aber jetzt könnte Etienne die Damen tauschen und würde eine bessere Stellung haben. Während wenn Weiß, wenn der Dame hier hingegangen wäre, auf diese Fesselung bestanden hätte, Weiß immer noch deutlich im Vorteil gewesen wäre. Behaupte ich mal. Also. Ja, der Balken auf der linken Seite kann sich aber nicht entscheiden. Doch, das kann er schon. Er muss nur häufig die Lager wechseln. So, wenn ein Zug kommt, der ihm nicht so gefällt. Jetzt ist er wieder auf schwarzer Seite hier. Und er übersieht wieder die Fesselung. Das ist aber auch unübersichtlich da. Ja, Sprecher E4, der kann jetzt geschlagen werden. Er schlägt irgendwie zurück. Und dann ist sein Turm hinten in der Ecke. Ungedeckt. Hei, hei, hei. Ein Damenschlicht C3 wäre auch möglich. Damen tauschen, dann den Turm wegnehmen. Wäre aber nicht so gut, weil am Ende noch dieser Läufer angegriffen wäre. Okay, ich mach's zu kompliziert. Sprecher E4, Fehler. Matteo hat die nächste Chance. Schwer, die Übersicht zu behalten, bei so vielen Figuren in der Mitte. Sogenannte Moshpit. Ist auch ein paarfach aus Rügeland. Moshpit. Nennt man doch so. Ja, ja. Brad Pitt hat sich da ausgenommen. Man kann diesen Baun schlagen. Unübersichtliche Situation jetzt hier mit dem Kull-Mull, aber dass dieser Turm angegriffen ist, macht halt den Unterschied. Sprecher schlägt E4. Bester Zug. Tja, es wird kompliziert. Er könnte jetzt die Damen tauschen, dann würde aber der Springer zurückschlagen, sich damit retten. Er hätte den Gegner und Springer unterwegs weggenommen. Wenn er hier nimmt, hat er das alte Turmproblem. Also, die Dame ist auch ungeschützt. Es ist einfach, es ist schwer. Er muss wahrscheinlich jetzt auf C5 schlagen. Aber verschlägt E4. Dann schlägt er natürlich die Dame nicht den Turm. Die ist wertvoller. Jetzt hier in einem Zug. Ja. In einer sehr intensiven Überlegungspose. Ja, es ist wieder schwer für ihn. Er wird mit einer Figur weniger rauskommen. Selbst bei bestem Spiel. Bestes Spiel wäre, meiner Meinung nach, die Dame hier zu schlagen. Der Springer würde zurückschlagen. Dann diesen Läufer zu schlagen. Es würde wieder irgendwas zurückschlagen. Und Läufer E4 ist die nächste Tschüss-Dame-Situation. Wenn Matteo die ausnutzt, dann glaube ich nicht, dass es noch einen Weg zurück gibt. Er schlägt zwar den Springer, aber seine Schwerfiguren, die Dame und der Turm, sind beide umgedeckt. Und er nimmt zwar den Turm, was gut ist, aber nicht so gut wie die Dame zu nehmen. Also, auch Matteo nicht auf seinem gewohnten Niveau. Ich glaube, es sind die Nerven so kurz vor dem vielleicht wichtigsten Schachtturniersieg seiner Laufbahn. Höchstwahrscheinlich. Ja. Man kann schon davon ausgehen, dass nach diesem Finalturnier ein Anruf aus Russland kommt, um dort vielleicht einem professionellen Team beizutreten. Davon ist auszugehen. Weißer Springer St. Petersburg ist immer auf der Suche. So. Etienne sollte jetzt die Damen tauschen. Er macht das Einzige, was er machen kann. Er kann seine nicht wegziehen. Dann würde er diesen Springer ungedeckt lassen. Das heißt, er muss hier schlagen. Ich demonstriere es nur kurz. Der Bauer würde zurückschlagen. Dann sollte er versuchen, diesen Läufer hier in der Ecke einzumauern. Bauern nach F6, um den vielleicht eines Tages nur abzuholen. Dann gibt es noch ein bisschen Hoffnung für ihn. Ist er eingefroren oder einfach so konzentriert, dass sich da nichts bewegt? Das ist für mich mit das Faszinierendste. Tatsächlich diese Petrifikation des Etienne Gardet beim Schachspiel. Ja, ab und zu zwinkert er, ne? Was bildest du dir ein? Soll einer sagen, Schach hätte kein Bewegungs-Element. Ein Atemzug? Ja. Aber ganz ehrlich, das ist für mich die konfuseste Schachpartie. So viele Figuren in der Mitte, in alle Richtungen wird geprügelt hier. Das ist einfach nur eine riesen Massenschlägerei. Ja, ja, das war sehr verwehrend. Vielleicht daher auch die hohe Fehlerquote, weil das ein bisschen ungewohnte Muster sind und die Figuren hier stehen sich alle so ein bisschen gegenüber. Aber Matteo hat trotz nicht so gutem Spiels für seine Verhältnisse die Oberhand behalten und in dieser Massenschlägerei dem Turm hier ein ordentlicher mitgegeben. Das heißt, er ist wieder vorne. Und ich hatte es schon erwähnt, jetzt Bauer nach F6 wäre am besten, um diesen Läufer einzumauen. Etienne, mach die lange Rochade. Ich habe wieder so einen dummen Fehler gemacht. Nicht mit der Rochade, wirklich? Die hat doch funktioniert. Nee, vorher mal. Hast du es echt nicht gesehen? Oder gibst du mir jetzt eine Chance? Ich habe es nicht gesehen. Was war denn? Ich hätte die Dame nehmen können, oder was? Ich meine schon. Auf C3. Ja, ich habe es schon. Sorry, weil ja, ich ... Ah, okay. Wenn du das Pferd genommen hast, war echt ein guter Move, ey. So, auch jetzt weiß, entscheidend im Vorteil, hat einen Turm mehr. Fünf Eisgugeln werden wir durchzählen. Aber wir haben gesehen, hier kann noch was passieren. Noch nicht aller Tage ab. Springer nach D4. Ist wieder ein guter Zug, stabilisiert sich, bietet hier den Abtausch der Springer an, um dann mit dem Läufer vielleicht auch zurückkehren zu können. Kommen zwei Minuten mehr für Matteo. So langsam wird es aber dann wieder in Richtung Zeit gehen. Wo Etienne denn gestresst wird? Ja, Matteo, immer einen Tick schneller auch tatsächlich, ne? In all seinen Matches, das hat er gut drauf, das Zeitmanagement. Ja, auf jeden Fall. Das merkt man. Matteo, recht fix. Und normalerweise birgt das natürlich die Gefahr, dass man vielleicht mehr Fehler macht, weil er weniger Zeit zum Double-Checken. Oder wie nennt man das? So, genannt man das. Das nennt man tatsächlich. Double-Check, Check wegen ... Ach nee, gar nicht, das ist Dame. Egal. Auf jeden Fall supergut. Checkers. Springer B4. Versucht, diesen Bauern zu überdecken, dem Abtausch auszuweichen. Ähm, bringt nicht viel, wenn der Bauer jetzt diesen Springer befragen würde, was er denn vorhat. Hätte er kein sicheres Rückzugsfeld mehr. Also wieder so ein bisschen die Situation, dass Etienne materiell schon so weit im Hintertreffen ist, dass er hier auf einen groben Schnitzer von Matteo auf muss. Der gibt erst mal Schach. Läufer nach G4. Greift damit den König an. Bringt aber nicht so viel. Ich könnte aber meinen Bauern dazwischen ziehen, das Schach parieren. Bisschen dieser Reflex immer, gerne Schach geben zu wollen. Sollte man lassen, wenn man da kein langfristiges Ziel mitverfolgt, oder? Einfach nur Schach. Du hast es eben ja auch Rache-Schach genannt. Sowas bringt nichts. Ja. Eine Rache-Schach ist ein spezieller Fall, wenn man schon hoffnungslos hinten ist und dann sagt, okay, ich gebe wenigstens noch einmal Schach. Aber grundsätzlich, genau wie du sagst, wenn es nichts bringt, nur des Schachgebens halber Schach zu geben, hilft häufig dem Gegner. Hier zum Beispiel E6 ist ein ganz nützlicher Zug für Etienne. Freit seinen Läufer. Also. Musste nicht sein. Verdirbt allerdings auch nichts. Läufer nach F6. E6 ist wieder gut gespielt, greift diesen Turm an, stabilisiert den Eingeläufer ein bisschen. Tja, ja, ja. Also wir haben heute schon gesehen, Hikaru Nakamura hat in einem ähnlich hochklassigen Match gewonnen gegen den Weltmeister Magnus Carlsen. Das heißt, es kann Überraschungen geben, aber Turm nach D6 macht die Überraschung unwahrscheinlich. An dieser Turm kann geschlagen werden von dem feindlichen Bauern. Und das wäre der zweite Turm, der weg wäre. Ui. Das wäre es. Das wäre es. Matteo überlegt aber auch sehr lange. Ja. Seine Reflexe sind nicht so da. Vielleicht glaubt er es noch nicht ganz. Ich glaube, wir haben von Etienne ein leichtes Schnauben auch gehört. Vielleicht hat er da gemerkt, dass der Turm auf Abwege gekommen ist. Oh ja. Noch steht er. Ich hab nicht mehr viel zu sagen. Wir könnten die letzten Züge Zugzwang hier erleben. Aber Matteo, das würde er normalerweise sehen, dass er so einen Turm schlagen kann. Vielleicht von dem Druck. Ja, ich sag's ja, der Überblick zu behalten, das mag für dich ganz einfach aussehen, aber für das ungeschulte Auge ist das ein riesen Kuddelmuddel da in der Mitte. Jaja, aber jetzt, ich hab Matteo ja schon viel spielen sehen. Das sind eigentlich Reflexe, die er drinnen hat, so einen Turm zu schlagen, wenn er ihm da vor die Nase gesetzt wird. Das glaub ich schon. Das ist ja vielleicht auch die Nerven, wenn er ein bisschen mitspielt hat. Hm. So. Turm nach D1. Vielleicht für Matteo doch tatsächlich auch 12 Uhr morgens nach wenig Schlaf seine beste Zeit. Ja, ich hab auch das Gefühl, dass er ein Videospieltagesrhythmus hat. Vielleicht hat er das Frühstück noch vor sich. Was ist ein Videospieltagesrhythmus, so ein bisschen nach hinten verschoben? Ja, ziemlich genau invertiert. Ziemlich genau invertiert. Tagsüber schlafen, nachts zocken. Sieben bis elf. Ja, oder wie du willst. Ja, so ungefähr. Da kriegt man von den Kindern auch nicht so viel mit, ne? Genau. Bau nach A5, Etienne lässt seinen Turm weiter hier. Ja, immerhin, beide sehen's nicht. Und ich hab das Gefühl, wenn Matteo das bis jetzt nicht gesehen hat, warum sollte er ihm es jetzt auch noch auffallen? Oder vielleicht macht's gleich bling. Irgendwann. Er weiß ja, dass Bauern schrieg schlagen. Zack. Ah ne, er greift den Turm lieber noch mal an. Was ist da los? Ja, der ist aber hoch. Er ist trotzdem entscheidend im Vorteil. Selbst wenn der Turm jetzt sich retten würde, gibt's hier noch neue Angriffsziele. Er könnte diesen Springer angreifen. Wenn der wegginge, so viel Konjunktur, dann könnte er den Läufer schlagen. Also, es bleibt schwer für Etienne, aber ungewohnte Wackler bei Matteo. Bayern 4 zu 1 gegen Barcelona. Das habt ihr nix verpasst. Und du so, jetzt Wochenende? Äh, ja. Sorry, ich versuch die ganze Zeit nachzuvollziehen, weil ganz so einfach wie dir fällt mir das nicht, da den Überblick zu behalten. Das wär ja auch noch schöner. Turm nach C6, jetzt hat er's gesehen. Also, er weiß, wie der Springer schlägt, nicht wie der Bauer schlägt. Turm ist weg, 2001. Er schlägt, aber das ist noch nicht ganz vorbei, denn auch Etienne kann hier zurückschlagen. Schlägt jetzt diesen Läufer, der greift noch mal den Turm an. Und... Weiß hat entscheidenden Materialvorteil mit den zwei Türmen gegen den Springer. Aber so ein Springer ist agil. Fuck. Aber trotzdem. Eisgoogle-Count. Fünf, fünf gegen drei. Sieben sind schon viel. Wir sehen, der Computerbalken sagt auch. Das war's. Ja, ich trau den Computerbalken nicht so. Der ist so unentschlossen wie meine Freundin. Uh, hier und Matteo, die Nerven liegen blank. Oder er hat kurzfristig vergessen, dass die Bauern schräg schlagen. Ich hab das ganze Turnier nicht solche Fehler von ihm gesehen. Er gibt jetzt den Läufer her, den kann Etienne schlagen für nix. Also für einen Bauern. Aber hier kann's noch mal spannend werden. F schlägt E6. Ich hatte nicht mehr damit gerechnet. Etienne muss sich ja auch ein bisschen orientieren. Da sehen wir ihn. Dadurch, dass es so untypische Stellungsmuster sind, fällt beiden sehr, sehr schwer, sich auf dem Brett zurechtzufinden. Und er nimmt den Läufer auch nicht weg. Was ist denn los? Wir müssen ja noch mal Bauernschlagekunde machen. König nach B8. Turm nach B3 Schach. Jetzt ist bei Matteo wieder alles stabil. Der Turm entzieht sich dem Angriff, gibt Schach. Danach kann der Läufer hier schlagen. Und die Chance ist vertan. Hier haben wir ja noch mal ein Bild von Eddie am Anfang des Events. Und hier, wie er jetzt aussieht. Ja, ja, ja. Stunden gealtert. König A7, Läufer schlägt D5. Tja. Nee. Vielleicht ist auch wirklich diese Anfangszeit zwölf morgens, wenn die Leute noch frischer sind, weil man für Schach doch viel Energie braucht. Heute viele Schnitzer drin. Ha, okay. Ich weiß nicht, ich spekuliere nur. Aber ich habe beide Seiten schon besser spielen sehen in diesem Turnier. Gibt es so was wie 24-Stunden-Schach oder so? Ja, es gibt so Blitzmarathons, nennt sich das. Ich bin zu alt für so was. Aber als ich noch jung war, habe ich das manchmal gemacht, da fährt man irgendwo hin. Dresden war immer so ein Blitzmarathon. Spielt 24, ich glaube, es gibt auch 48 Stunden am Stück. Aber als Team und nicht als Person, oder? Gibt's beides mal. Gibt auch einzeln so als Person. Es gibt, glaube ich, auch zweier Teams bei diesen 48 Stunden am Stück. Ah, da würde ich gerne mal mitspielen. Ja, ja, das wäre vielleicht dein Ding. So. Bauer schlägt C5. Was soll ich sagen? Bauern nach F4, schon wieder ein Fehler. Jungs. Er ist gefesselt. Geh schlägt F4 und du kannst nicht zurückschlagen, weil der König hier in der Schusslinie steht. Aber wir haben auch lange kein Bauern schräg schlagen sehen. Insofern, es wäre Zeit, Etienne. Allerletzte Eisenbahn. Nee, er schlägt nicht. Er zieht den Bauern vor. Womit Matteo jetzt aber einen Schach geben könnte, damit den Turm retten. Mit Tempo nehmen wir das. Und dann den Springer schlagen, wonach die Lage wieder ziemlich geklärt wäre. Ei, ei, ei. Von nach C3 gibt nicht das Schach. Ist auch ein anständiger Zug, greift den Läufer an. Der Springer ist auch noch angegriffen. Schach wäre ein bisschen sauberer gewesen. Aber auch so gut. Läufer nach B4. Jetzt kann er wieder diesen Bauern schlagen. Ich glaube, nachdem Matteo im letzten Match so viel Zeit im Endgame verbracht hat, um Etienne da auf den Schach zu setzen, versucht er jetzt einfach schnell das Brett leer zu räumen. Kann das sein? Er räumt einfach einmal auf. Ja, also, er hat Etienne noch mehrere Chancen gegeben. Unterwegs, was wir bisher nicht so gesehen hatten, mit diesem Läufer schlägt E6. Den hätte er schlagen können. Dann mit diesem Bauer nach F4. Den hätte er schlagen können. Weiß kann wegen dieser Fesselung nicht zurückschlagen. Aber Etienne hat die verstreichen lassen. Und jetzt wäre das wieder sehr, sehr schwer. Turm schlägt C7, Schach, König B6. Jetzt könnte er tatsächlich, wie gesagt, ganz pragmatisch hier alles wegräumen. Zum Beispiel Schach. Dann den schlagen, dann den schlagen. Und Etienne gegen die Figuren aus. Mal gucken, er könnte auch den anderen Turm ins Spiel bringen. Das macht der Turm nach C1. Und damit decken sich die Türme gegenseitig. Und kann auch schnell jetzt auf Königsjagd gehen, wenn der Springer weggeht. Es wird schwer. Läuft nach D6, greift den Turm an. Der Schach. Sehr verlockend. Aber wenn der Turm in die Richtung zieht und er mit dem Läufer einfach nachzieht, hat er den Turm eingesperrt. Wie meinst du? Ach nee, gar nicht. Alles klar. Der König müsste weg und dann zack. Der König muss ja weg. Er ist Schach nicht gegeben, er hat den Turm weggezogen. Ach so, okay. Der Läufer nach B4, greift den wieder an. Wenn er es sich einfach machen will, kann er einfach den Springer schlagen. Und dann, wenn der Läufer hier schlägt, mit dem anderen Turm zurückschlagen. Dann sehen wir schon, er verbleibt mit einem Turm und einem Läufer. Kann er nicht einfach einen Reißverschluss aufbauen mit seinem GG? Uh, wo ist der Turm hin? GG? Etienne sagt GG. Gibt er sich geschlagen? Oder will ich nur in sicherer Weg? Nee, er gibt sich geschlagen. Das heißt, Matteo ist der Sieger. Herzlichen Glückwunsch. Fanfare. Dankeschön, wirkeschön. Und wir zeigen erst mal den Zweitplatzierten. Vielleicht wollen wir auch mit dem direkt einmal ganz kurz. Oder wir nehmen Etienne. Herzlichen Glückwunsch für dich. Also, du siehst nicht so glücklich aus. Ja, warum sollte ich? Ich hab grad verloren. Du hast aber gut gespielt, oder nicht? Hattest du nicht das Gefühl? Nee, hatte ich ehrlich gesagt nicht das Gefühl. Ich hab ja wieder einmal die Dame einfach angeboten. Und das alleine ärgert mich schon. Und einfach auch zu keiner Zeit irgendwie das Gefühl gehabt, eine Chance zu haben, ehrlich gesagt. Also, für mein Verhältnis hast du im zweiten Spiel viel mehr Druck aufgebaut als im ersten. Und ich hab ja selber auch die Fehler gemacht. Ich erinnere mich nicht mehr genau an die Situation. Aber ich glaube, ich hab deine Dame nicht genommen, weil ich nur so Augen für den Turm hatte. Und dann war ich so komplett blind. Es gab ein paar dramatische Situationen hier. Einmal am Anfang, das habt ihr beide verpasst, da ging die Dame hier hin. Da konnte sie einfach vom Läufer geschlagen werden. Wenn Etienne hier mit dem Läufer die weiße Dame schlägt, dann, das wär schon, ja, ne Vorentscheidung gewesen. Hier, die hätte er wegnehmen können. Das kam nicht dann nach Dame schlägt C3. Andersrum hätte Matteo diesen Läufer rausschlagen können. Oh, ich bin so dumm. Also, da gab's ein bisschen ein Wechselbad der Gefühle. Dann später die Situation, von der ihr redet. So war alles okay. Hier war's ein bisschen unübersichtlich. Sprenger nach E4 war ein Fehler. Da hat Matteo gut reagiert mit Sprenger schlägt E4. Und hier hätte Etienne die Dame schlagen müssen, dann aber auch ne Figur verloren bei der Operation. Er hat Läufer schlicht E4 gespielt. Das meintet ihr, hier hätte Matteo einfach die Dame weghauen können. Aber auch, wie Matteo gespielt hat, sich den Turm zu schnappen, führte zu entscheidendem Vorteil. Danach gab's ein paar Wackler auf beiden Seiten. Etienne hat noch gut gekämpft. Aber es war sehr, sehr schwer, da noch ein Comeback zu machen, auch mit dem Turm weniger. Also, der Infighter am Anfang. Aber die ganz fette Chance für Etienne war halt hier, nach Dame B1 einfach die Dame rauszuschlagen. Und Dame mehr. Das hätte vielleicht einmal gern forciert. Das tut fast noch mehr weh, das jetzt so zu... Das ist so, wenn dir einer aufrechnet, was für Chancen du im Leben hast liegen lassen. Da hättest du übrigens... Du hättest sie nur ansprechen müssen. Du hättest sie einfach nur ansprechen müssen. Sie hätte ja gesagt. Ja, also, ich muss auch sagen, das war die Aufregung jetzt im Finale. Ich hab wirklich nicht besonders toll gespielt. Ich hab so viele Sachen übersehen. Und ich hab mich richtig schwer getan, mich zu konzentrieren. Also, ja. Aber trotzdem, schönes Match. Danke, dass ich teilnehmen durfte an diesem ganzen Turnier. Ja, selbstverständlich ist ja noch nicht vorbei. Wir müssen dir ja noch gratulieren. Du hast ja jetzt natürlich selbstverständlich ein großartiges Präsent gewonnen. Oh, wir haben hier... Magst du das für... Ich weiß nicht, gehe ich die Kamera darauf? Magst du das mit einem verschmitzten Lächeln in die Kamera direkt rechts neben dir das einmal halten, damit man das auch sehen kann? Ja, ich glaub, dieses Teil, da kann man das sehen. Wir haben hier eine Urkunde gemalt. Wunderschön. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand sehen kann. Da freu ich mich sehr. Genau, jetzt ist es. Okay. Eine Siegerurkunde ist nicht mal eine Ehrenurkunde. Ich find, Matteo hätte eine Ehrenurkunde auch verdient gehabt. Denk ich eigentlich auch. Aber vielleicht powert ihn das an, nächstes Mal mitzuspielen. Wieder seinen Platz zu verteidigen. Er muss ja seinen Titel verteidigen. Ich lese es dir vor. Für überragende Leistungen im Fachgebiet Schach erhält diese Urkunde. Ich glaub, da müssen wir noch deinen Namen eingravieren. Das machen wir gleich. Das wird dir zugeschickt. Also, falls du Post bekommst, wundere dich nicht. Jemand denkt an dich. Und noch mal herzlichen Glückwunsch. Ja, von mir auch noch mal. Herzlichen Glückwunsch an Matteo. Man muss auch sagen, bei einem respektvoll anderen, Matteo, der verdiente Sieger über das Turnier. Ganz klar die beste Leistung gezeigt. Gestern Hammermatch im Halbfinale. Man muss ganz ehrlich sagen, hat er eben auch gesagt, er hat gestern besser gespielt als heute. Vielleicht waren's die Nerven hier im Finale. Aber auch so, er hat sich durchgesetzt. Und vielen Dank an alle in unserer kleinen Schachwelt hier. Mir bedeutet das viel, dass Leute wie Etienne, wie Matteo, wie Florentin, wie Maxim, Antje, wie sie alle heißen, bei so was teilnehmen. Und mir hat's viel Spaß gemacht. Ja, Schach ist nicht tot. Schach kriegt eine Renaissance. Zumindest hab ich in der Zeitung gelesen letztens. Mal gucken. Wir haben unseren kleinen Teil dazu beigetragen. Ich fand's unglaublich spannend. Ich hoffe, ihr fandet's genauso. Jan, möchtest du noch was loswerden? Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Das war schon meine Abschlussrede. Bayern führt 4 zu 1. Ich hab nichts verpasst, wenn ihr Schach guckt. Alles gut. Alles klar. Dann müssen wir jetzt bescheiden. Oh ja, hier, Werbung müssen wir noch machen. Wenn ihr noch mehr Schach sehen wollt, kommt vorbei auf chess24.com. Wir sind auch auf Twitch, YouTube, den übrigen Kanälen. Ich muss weiter labern die Tage über das Match. Karsen gegen Nakamura. Nicht so spannend wie heute. Vielleicht noch hochklassiger. Aber schaut vorbei mit dem Bonuscode Rocket Beans. Wer Schachvideos sich nur mehr reinziehen will. Gibt's sogar Rabatt. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns für euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank an die Spieler für die Teilnahme. Herzlichen Dank an dich und alle Beteiligten. Das war Zugzwang, unser großartiges Schachturnier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ip